Mobbing? Was ist das denn bitte für ein komischer Titel? Hä? Ich weiß zwar, was Mobbing ist, aber sowas gibt's doch gar nicht in Minecraft, oder? In Minecraft Mobbing? Nee. Egal auf welchen Server ich heutzutage gehe, guckt man irgendwie 1-2 Minuten in den Shades, sieht man so viele Beleidigungen. Aber das ist ja auch nichts Neues heutzutage, denn im Internet kann da jeder Mensch so sein, wie er möchte. Jeder kann es so verstehen, wie er möchte, und jeder Mensch kann von heute auf morgen einfach eine ganz andere Person sein. Hm, aber Schweine, wurdest du nicht schon mal gemobbt? Ich weiß nicht, viele von euch wissen es vielleicht, aber viele wahrscheinlich auch nicht, denn ich hatte damals einen schlimmen Sprachfehler. Ich habe bei fast jedem Satz mindestens einmal gestattert, und das war echt nicht so schön. Wie, das glaubt er mir nicht? Na, dann schaut mal selbst her. Alter! Eine Fremd in die Ecken so übertrieben. Achja, ein Kader-Itunes zu einem Zeitpunkt hatte ich auch noch. Alter, das ist ein Feuer-Team, ich konnte nicht schlagen. Wahrscheinlich hatte ich Fies-Bug, das war so unnötig, Alter. Die waren nicht verhundert, oder? Übrigens hat der Typ, der einfach da gerade aufgenommen hat, in einfach jedem seiner Videos gegessen ist, war damals ziemlich lustig. Ich weiß nicht, ob den noch jemand von euch kennt, aber könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ah, die war nicht offenbar. Fuck, Alter. Das war fies. Das war ein Vierer-Team, zwei von denen habe ich gekillt, dann hatte ich Fies-Bug. Lol. Alter. Und keine Sussen mehr. Fuck. Wir sind auf einem Tower und haben einen Chemist. Sechs Minuten noch. Der Typ war einfach damals eine Legende. Wurdest du deshalb gemobbt? Naja, jeder von euch kennt es. Es gibt einmal die Coolen, einmal die nicht so Coolen in einer Klasse. Die Coolen denken immer, sie sind etwas Besseres, beziehungsweise etwas Besonderes. Und, naja, in der fünften und sechsten Klasse war es halt bei mir so, dass ich nicht normal nach einem Buch gefragt wurde. Nein. Ich wurde nicht normal wie andere Menschen nach einem Buch gefragt. Ich wurde so richtig komisch nach einem Buch gefragt. Und, ich denke mal, viele von euch können sich jetzt schon vorstellen, wie ich nach einem Buch gefragt wurde. Das war dann so ca. K-K-K-Kanst du mir mal ein Buch leihen? Und halt sowas, die haben halt einfach meinen Sprachfehler, ja die wussten, dass ich einen Sprachfehler habe, haben einfach so mit mir geredet und die wollten mich sozusagen darauf mobben. Das kann man zwar nicht so sagen, aber ja, auf jeden Fall hat mich sowas damals ziemlich sehr gekränkt. Was habe ich also dagegen unternommen? Weil jetzt habe ich glaube ich diesen Sprachfehler gar nicht mehr oder heute noch, dass ich irgendwie stotter so ein bisschen. Vielleicht stotter ich noch ein bisschen manchmal oder ich rede manchmal so komische Sätze, die gar keinen Sinn machen. So ein Problem habe ich jetzt noch, aber ich habe damals einfach mit YouTube angefangen. Ich mache das jetzt schon seit drei Jahren, das ist echt krass. Ich mache YouTube einfach schon seit drei Jahren, das ist irgendwie ein ziemlich komisches Gefühl. Aber ja, auf jeden Fall habe ich auch noch mit mehr, mit Menschen geredet. Das heißt, ich bin auf manche Teenspeak-Server gegangen, habe mit Menschen geredet und naja, seht her, jetzt habe ich kaum noch mein schönes Stotterproblem. Und naja, die meisten Menschen denken ja immer oder beziehungsweise sagen, dass das Internet ziemlich schlecht ist und mir hat das Internet in solchen Sachen echt geholfen. Denn, ja, mein Sprachproblem habe ich denke ich mal durch Teenspeak, durch Skype, durch Minecraft, durch YouTube einfach in den Griff bekommen. Und ich kann jetzt ganz normale Sätze formen, ohne dass ich stotter. Das ist echt, ja, ein sehr schönes Gefühl. Naja, was mir aber noch so aufgefallen ist, was jetzt nicht so krass mit Mobbing zu tun hat, ich wollte jetzt einfach mal so was sagen, was mir so in meiner Vergangenheit passiert ist. So etwas aus dem Real Life, keine Ahnung, ich mag das irgendwie so, wenn YouTuber etwas über das Real Life erzählen, beziehungsweise über ihre Vergangenheit erzählen. Aber was mir so aufgefallen ist in, ja, heute beziehungsweise in den letzten Tagen, denn, ähm, früher war es ja einfach so, wenn man mit einem Bus gefahren ist, saßen irgendwie mal hinten, also ganz hinten im Bus, auf dieser letzten Bank da, saßen immer so die total coolen, nennen wir das einfach mal so. Und ich bin heute, beziehungsweise, ja, kann man auch heute sagen, ähm, bin jetzt zum ersten Mal nach, boah, schon, ist schon ziemlich lange her, dass ich zum letzten Mal Bus gefahren bin, weil jetzt war ich immer zu meiner Berufsschule, denn ich ging nach zur Schule, ähm, war ich jetzt immer mit dem Zug. Und ich bin jetzt nach circa einem Monat mal wieder mal mit einem Bus mitgefahren. Und jetzt war es einfach so, dass ganz hinten im Bus die kleinen Grundschüler saßen, was ich irgendwie ziemlich cool fand. Weil früher war es einfach so, ganz hinten, weiß man, wenn da, wer da hinten sitzt, das sind die richtig coolen, die sind einfach genial, wenn man da hinten sitzt, dann bist du einfach einer von den richtig krassen. Nein, aber, aber mir war das echt früher immer so, dass wenn man hinten saß, da war mal einer von den coolen, da hat man sich immer richtig cool gefühlt. Und, naja, auf jeden Fall war ich dann so auf dem Weg nach Hause. Und was mir dann passiert ist, das war echt, naja, nicht so cool. Auf jeden Fall ist es halt so, wenn ich so früher so in der fünften, sechsten Klasse nach Hause gegangen bin, wenn mir da so irgendwie ein Zehnklässler bzw. eine ältere Person entgegengekommen ist, dann bin ich meistens einfach immer die Straßenseite gewechselt, weil ich einfach nicht wollte, dass diese Person mich anguckt oder irgendwas mit mir macht oder ich war so, keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen komisch. Und irgendwie ist es heute so, dass diese Schüler einfach denken, sie sind die krassesten Menschen der Welt. Ich weiß nicht, ich bin so einfach in den Haus gegangen und dann kamen da so drei, vier Schüler mir entgegen, waren irgendwie, keine Ahnung, zwölf, dreizehn Jahre. Und die hatten einfach so eine breite Brust gegenüber mir bzw. sie sind einfach so, so richtig, als wären sie die Obergangster mir entgegengekommen. Die hatten einfach null Respekt. Und Spaß, früher bin ich auf einmal die Straßenseite gewechselt und die kommen mir da so entgegen und denken, sie wären die oberkrassen Menschen. Naja, auf jeden Fall haben sie mich dann blöd angequatscht und ich meinte so, was das soll, was macht ihr hier und bla bla bla. Und, naja, nach irgendwie zehn Sekunden sind die auch wieder weitergegangen. Aber es ist einfach so, die haben einfach heute keinen Respekt mehr, das ist unglaublich. Und, naja. Boah, das Video ist so seriös, man macht doch mal ein paar mehr Kombos da rein. Auf geht's. Nee, das Video soll doch eher seriös bleiben. So, das war's dann jetzt auch schon von dem Video. Wenn ihr auch irgendwie solche Sachen wie ich mal in der Vergangenheit erlebt habt, dann könnt ihr mir das mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Und vielleicht mache ich daraus noch so ein kleines Format, dass ich so vielleicht eure Themen davon ansprechen werde in einem Video und halt irgendwie was dazu sagen werde oder halt sowas. Und, naja, wenn ihr auch noch irgendwelche mehr solche Relay-Sachen ansprechen soll, dann könnt ihr mir das auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas mögt. Oder dem Video einfach eine positive Wertung geben. Das freut mich immer sehr. Und, naja, würde ich sagen, danke an alle, die zugeschaut haben. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Und, bye. Tschüss.